Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Torgast-Einblicks-Video. Heute mit dem Arcan-Mage und den Paktfähigkeiten der Necrolords. Bevor wir zu denen allerdings kommen, meine Pollenallergie kickt momentan nochmal schön nachträglich, weil wir ja extra lange Wärmephasen haben, auch im September noch, wo ich gerade aufnehme. Und das sorgt dafür, dass ich vielleicht ein bisschen abgefuckter klinge als ohnehin schon. Nicht wundern, danke Sonne. Wir haben die Paktfähigkeiten der Necrolords. Das ist einmal die Fleischformung, die hat zwei Minuten Cooldown. Wir kanalisieren diesen Zauber und umso mehr Leichen in der Nähe sind, umso stärker wird das Schild, was wir mit diesem Zauber aufbauen. Außerdem haben wir Todes geboren, drei Minuten Abklingzeit. Wir verwandeln uns für 23 Sekunden in einen mächtigen Skelett-Magier. Während wir in dieser Gestalt sind, treffen unsere Fähigkeiten Frostblitz, Feuerball und Arcan-Schlag bis zu zwei Gegner in der Nähe unseres Ziels. Und unser Zauberschaden ist generell um 10 Prozent erhöht. Das sind doch ganz gute Startbedingungen, da kann uns nichts mehr aufhalten. Nicht mal die geilen ersten Bonus-Effekte, wenn ich dieses Schaf mit den offenen Augen schon sehe. Herrlich. Hier drüben haben wir wieder einen der neuen Bonus-Effekte, die aktuell getestet werden und unsere Spielweise sehr, sehr stark beeinflussen. Die gucken wir uns vielleicht nochmal extra an. Jetzt wollen wir ja erstmal den Mage sehen. Wir haben Blitzstaub, das ist ein sehr allgemeiner Bonus. Unsere Angriffe haben eine Chance, mit einem Blitzschlag Zusatzschaden zu verursachen. Oder der Schaf-Fernzünder. Verwandelte Gegner werden zu einer tickenden Zeitbombe und sammeln alle drei Sekunden 500 Arcan-Schaden an. Wenn Verwandlung endet, wird die Energie freigesetzt und fügt allen Gegnern innerhalb von 10 Metern Schaden zu. Finde ich super interessant. Problem ist, wir müssen natürlich hier auch gucken, was wir alles schieben können und was nicht. Und wenn wir das dann tun, dann gibt es ordentlich in die Phrase. Die Frage ist jetzt nur, lege ich meinen Schieb vielleicht nochmal um. Ich glaube, Fluch entfernen brauchen wir ein bisschen seltener. Hier haben wir schon die ersten Vasen, da kriegen wir phantasmal raus. Unsere Torgast-eigene Währung, mit der können wir shoppen gehen. Die können wir auch über solche Bonus-Sachen verstärken und und und. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert so einfach. Zack, Verwandlung, stört ihr auch gar nicht. Doch, der Kollege kommt jetzt angerannt. Okay, wäre ja fast noch schöner gewesen, wenn da jetzt gar nichts passiert wäre. Und alle so, ach ja, das Schaf, Leute. Das Schaf, ist es denn nicht schön? Römms und jetzt mal hier noch schön mit den Arcanen geschossen. Bei diesen kleinen Skeletten müssen wir aufpassen. Wir sehen das hier, die explodieren und geben uns einen Debuff. Und dieser Debuff sorgt dafür, dass die nächsten Explosionen dieser Skelette noch mehr Schaden machen. Wenn wir also denken, wir hüpfen da rein, Spam, Arcanen, Explosion und fertig. Ja, am Arsch, dann töten wir uns selber. Das kann sehr, sehr schnell passieren. Hier sehen wir gerade unser schönes Schild, was sich aufbaut. Und die Seelenessenzen der Leichen kommen natürlich auch mit dazu. Was wir jetzt aber probieren können, ist, wir sammeln die Kollegen mal mit ein. Und sagen dann sowas wie Frostnova. Geil. Und durch unser Doppelschild, die prismatische Barriere war ja auch noch da, konnten wir das jetzt ganz gut handeln. Und selbst wenn sie nicht One-Hit gewesen wären, dann hätte die Frostnova die an Ort und Stelle erstmal festgehalten. Und das war jetzt unsere Schafsexplosion. Also auf den niedrigeren Ebenen, wie hier jetzt, da ist das natürlich fraglich, ob wir das in diesem Ausmaß so machen müssen. Oder ob es da nicht reicht, wie hier. Rums und Pferde ist die Laube. Aber auf den höheren Ebenen, einfach mal für die Lulz angeschaut. Was man mit diesem Schaf, ich sag mal, ja Schafmanagement, was man damit wirklich dann erreichen kann, ist denke ich schon eine ganz interessante Sache. Wollen wir hier auch gleich nochmal reinspringen? Na komm, wir wollen auch gucken, ob wir so ein paar extra Anima-Zellen noch abstauben können. Hier, zack, ihr kriegt auch wieder eine Frostnova, bam, Arkanbeschuss in die Phrase. Nice, ja, bei den Skeletten, wie gesagt, immer ein bisschen Kiten, ruhig mal ein bisschen Backpedalen für die Lulz. Ja, ansonsten, zack, sehen wir 25 Prozent und zwar nicht nur auf die Explosion dieser Skelette, sondern generell auf den körperlichen Schaden, den wir erleiden. Das ist wirklich Kategorie sehr, sehr unangenehm. Mittlerweile haben wir mit allen Klassen ja zauberübergreifende Fähigkeiten in die Aktionsleisten geschissen bekommen, muss man ja wirklich sagen. Das heißt, wir können jetzt auch als Arkan-Mage Frostblitz benutzen und Feuerschlag. Wir haben diese Zeitverschiebung wieder und, und, und. Also ganz viele illustre, unterschiedliche Sachen, die entweder aus älteren Add-ons wiedergekommen sind oder eben Zauber, die von anderen Spezialisierungen jetzt ein bisschen übergreifender sind und, und, und. Ja, kann man natürlich unterschiedlich sehen. Ich finde es insgesamt nicht so geil, aber in Torgas zumindest gibt es natürlich schön viele verschiedene Möglichkeiten, das dann auch zu nutzen. Oder gerade bei Magier, der Frostblitz kann natürlich eine super interessante Sache sein, dann auch im PvP und, und, und. Und, ne, aber vermisst habe ich das jetzt nicht, dass das so übergreifend alles ist oder wieder ist. Wir haben eine nächste Zelle. Eins mit dem Tod. Verringert die Abklingzeit von Todesgeboren um 50 Prozent. Oder dieses Futter, das sorgt dafür, dass diese kleinen Schlundratten explodieren. Wir nehmen mal die verringerte Abklingzeit, weil kurz mal 50 Prozent schneller wieder ready sein. Das finde ich schon enorm, muss ich sagen. Bam, Arkan-Beschuss. Schade, hat nicht für den One-Hit gereicht, aber wir wollen ja auch nicht meckern, wir spammen lieber ein bisschen Arkaner-Explosionen im Single-Target, Leute. Und warum? Weil wir es können. Ganz einfach. Das Schild natürlich super interessant für Caster, für Melees, für Tanks natürlich auch, um sich da vorzubereiten. Ja, oder auch im Raid. Wenn man zum Beispiel gleich abspotten muss, ne, dann kann man das auch vorbereiten und annulliert dann gleich oder absorbiert den nächsten fetten Hit des Bosses, wenn man vom Tank-Kollegen übernimmt. Da ist sogar noch eine Zelle, Freunde. Ihr habt die fast übersehen, könnt ihr euch das vorstellen. Faden des Raumwebers, die Abklingzeit von Blinzeln wird um drei Sekunden verringert. Ja, und was erstmal gar nicht so geil klingt, kann aufsummiert werden. So gut wie jeder Bonus in Torgast kann gesteckt werden, sollten wir also bei der nächsten Zelle nochmal so einen bekommen. Ist das nicht total wasted, beziehungsweise umsonst, wenn wir den nochmal mitnehmen, sondern der summiert sich dann auf. Und dann haben wir statt drei Sekunden sechs Sekunden weniger Cooldown. Und das kann sich natürlich wirklich sehr schön aufsummieren. Und wir hatten das beim Frostmage zum Beispiel mit der Cast-Zeit. Nicht mit der Abklingzeit, sondern mit der Cast-Zeit von unserem Frostblitz. Und die wurde um 0,3 Sekunden verringert. Klingt erstmal super lame, aber diesen Bonus hatte ich am Ende fünfmal oder so. Und schon sieht das ganz anders aus, ne. Wollen wir hier dasselbe mit dem Schieb einfach nochmal probieren? Für die Lulz und die gute Laune, dann nutzen wir die Zeit mal eben mit unserem Schild, hauen noch die prismatische Barriere mit rein. Und sagen, Leute, wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen was ein hier. War jetzt zwar nicht ganz so lang, aber wir hoffen mal das Beste. Joa, ach Mensch, guck mal. Das sah doch trotzdem ganz gut aus, oder? Und ihr beiden jetzt noch einer Kahnbeschuss, bäm. Das ist natürlich geil mit dem Doppelschild. Ja, dass man da jetzt nicht so lange überlegen muss, sondern rein. Und wenn man es gut anstellt und nicht zu viel dazu pullt, dann kann man das Schaf ja auch ein bisschen länger aufladen lassen. Flaschen, was für ein Ding? Tesseract. Ah ja, erhöht die maximale Dauer von Zeitverschiebung um fünf Sekunden. Und das ist natürlich super interessant, denn Zeitverschiebung generell ist wie Kampfrausch, wissen wir. Ne, stimmt gar nicht. Zeitverschiebung haben wir ja hier. Und das konnte man, glaube ich, auch nochmal verbessern, ne. Ich weiß nur gerade leider nicht so, äh, nicht wo, hier oben. Mit dem Meister der Zeit verringert die Abklingzeit von Zeitverschiebung und schließt die Abklingzeit von Blinzeln ab, wenn ihr zu eurer Ausgangsposition zurückkehrt. Also auch da kann man wieder diese Fähigkeiten, ja, und auch die entsprechenden Folgeaktionen natürlich total krass beeinflussen, ne. Wer es gar nicht kennt, wir aktivieren das. Und wenn wir dann sagen, okay, mir hat es da hinten jetzt besser gefallen, wo ich stand und was ich für Procs hatte und was ich für Leben hatte und so, dann können wir sagen, gut, gehen wir zurück zu diesem Zeitpunkt. Super interessant, egal ob PvE oder PvP, das ist dann was für die wahren Magier-Mains, die dann genau wissen, wann, wie, wo, welche Proc-Verwertung am geilsten genutzt werden kann. Schützendes Phantasma habe ich am Anfang angeschnitten, ne, da halten wir ein Schild, das ist jetzt so eine Verbesserung für diese Währung, jedes Mal, wenn wir Phantasma looten. Oder Linse des Pandemoniums erhöht den Wirkungsradius von Arcana Explosion, Flammenstoß und Blizzard um 4 Meter. Finde ich deutlich geiler. Ich meine, so ein Extraschild wäre auch nochmal super, aber wir haben ja schon zwei Schilder, ne, und die machen bisher einen sehr guten Job, deswegen habe ich gerade nicht das Bedürfnis, noch eins extra mitzunehmen. Da drüben ist auch nochmal ein Räumchen. Allgemein ist Ebene 1 immer sehr gnädig, ne, Ebene 1, verzeiht Fehler. Leute, Ebene 1 ist für euch da, ja, die bringt euch ins Bett, die liest euch noch eine Geschichte vor, so. Solche Aktionen sind das hier wieder. Und wenn man nicht total verkackt und jetzt alle Skelette zusammenpult und dann mit 90 Stacks in den Explosionen stirbt, dann ist das auch wirklich sehr gut machbar hier. Und da haben wir noch eine Zelle, jawohl, da wollte ich ja auch hin. Und ich dachte, eben weil ich es verwechselt habe, ne, Zeitverschiebung und Zeitkrümmung wäre irgendwie dasselbe gewesen. Darum dachte ich, ja geil, wir haben ja unten geskillt über die Zeitanomalie wiederum. Alter, sind wir ein Bronzedrache oder was? Da es eine Chance besteht, zufällig Arcane Macht, Hervorrufung oder Zeitkrümmung eben zu erhalten. Und das wäre natürlich geil, wenn dann auch dieser Random-Zeitkrümmungs-Bonus auch noch von der Verlängerung betroffen wäre. Dass du, wenn du das steckst, irgendwann auf eine Ebene kommst, das prockt und das hält die ganze Zeit an, ne. So richtig aufsummiertes Todes. Geil. Oh, Paradoxon des Zeitbrechers. Ist es eigentlich Paradoxon oder Paradoxon? Boah, auch wieder so eine Frage, ne. Muss ich mal auch Zeit zurückspulen zum Deutsch-Abi und da mal fragen. Ha, 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 des Zeitbrechers. Ja, Zeitkrümmung hält 300% länger an, aber sämtliche betroffenen Spielercharaktere sterben am Ende. Oh, ähm, ja, cool. Das Problem ist, das ist ein megamächtiger Bonus, also 300% länger. Das spielt mir ja gerade sehr in die Hände mit dem, was ich eben sagte. Aber wenn wir sterben, wir haben halt nur 5 Tode und wenn die weg sind, ja, und gerade wenn man mit einer Gruppe reingeht, so, und alle verrecken danach, dann ist das Kategorie-Scheiße gelaufen. Die Frage ist dann, kann man diesen Tod irgendwie, irgendwie abwenden? Können wir Eisblock ziehen und das quasi, ne, annullieren in dieser Hinsicht? Wir nehmen das mal mit. Wir werden das mal testen, wie das aussieht. Aber ich hab erstmal ein sehr ungutes Gefühl. Also man zieht jetzt natürlich auch nicht alle 3 Sekunden Zeitkrümmung, aber wer weiß, wenn wir das noch weiter verbessern können. Oh, und wenn's jetzt prockt vor allem, oh shit, was ist, wenn's jetzt prockt? Zählt das auch? Ist das dann auch länger? Sind das dann nicht, was, was waren das, 5 Sekunden, die das hält, sondern dann sind's erstmal 3 Minuten gefühlt, ja, und dann verrecken wir danach. Oh Gott, hab ich ein bisschen Angst, ne, jetzt hab ich meine eigene Erklärung nur halbherzig bedacht, Leute, beziehungsweise das, was ich im Vorfeld erklärt habe, hab ich selber nicht beherzigt. Ja, Leute, scheiße gelaufen, ne, man muss sich auch hin und wieder mal selber zuhören. Aber wenn wir jetzt Glück haben, dann zählt das natürlich nur für die Zeitkrümmung, die wir ziehen und wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen. Was machen wir? Ja, mit euch, holla, Leute, da muss man immer aufpassen, so viel zur Ebene 1. Aber ja, gnädig und verzeihen, wir sind nicht gestorben, ne, wir sind nicht gestorben und wir sehen, diese Sensen machen einmal Fettschaden als Initial-Hit und dann, einfach weil sie's können, noch ein Dot, der einfach mal 30 Sekunden lang anhält. Freunde, da muss ich wirklich fragen, wer will mich hier verarschen, oder, mit solchen Aktionen? Der Wahnsinn, Berührung, der Magi haben wir auch standardmäßig dabei, könnten wir auch noch draufsetzen, ein bisschen mehr AOE-Böllern, aber ich bin eigentlich mit der Art und Weise, wie wir hier reinhüpfen, Arkan-Beschuss-Böllern, ein bisschen mehr Bewegungstempo, rumhüpfen wie so ein Geisteskranker, zack, und dann funktioniert das doch. Okay, mal gucken, verrecken wir, please no. Oh, okay, es zählt nicht. Gut, Leute, das ist wichtig, sonst hätten wir uns random verstärkt, würden aber auch random verrecken und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Und wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Berührung der Magi und so, Zusatz-AOE, ja, aber da können wir auch einfach rumspringen, hatte ich mal im BG, ne, ich hab, glaube ich, eine Schlachtfeldaufnahme aus BFA, wo ich als Arkan-Mage rumspringe, und das sah genau so aus, läuft. So, Todesgeboren aktivieren wir, holen auch die Spiegelbilder mit ran, hier, sehr schön, guck mal, oder, rums, und dann zimmern wir jetzt mal schön die Arkan-Schläge hier mit rein, mein Freund. Ah, guck mal, der hat gar keinen Bock auf uns, rums, ja, guck mal, schön verstärkt, also, ich hab's mir ja noch ein bisschen stärker vorgestellt, ich weiß nicht, ob das Scaling wirklich fertig ist, wir hätten jetzt auch eine Arkan-Macht und so mit reinzimmern können, ne, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Form annehmen, die Spiegelbilder beschwören, und dann so zweimal Arkan-Schlag wirken, und dann ist der im Eimer, aber irgendwie hatte der da nicht so Bock drauf, dafür sieht unser Modell aber sehr cool aus, das sieht sehr, sehr geil aus, aber den Bonus-Schadens-Verstärkungszauber hab ich jetzt nicht so mitbekommen, vielleicht ist das echt eher zum Spreaden, ne, dass das zum Single-Target auch nice ist, aber eher dieser Effekt von wegen springt auf bis zu zwei Gegner über, dass das dann eher der real Shit ist, ne. Zauberzeit von Arkan-Schlag um 0,3 Sekunden verringert, here we go, Schlundratten zählen für Fleischformung als mächtige Gegner, umso mächtiger der Gegner, umso stärker das Schild, ne, und die Runenstoff-Bandagen, wenn ihr beim Wirken von Arkan-Schlag, Feuerball und Frostblitz unsichtbar seid, erhöht sich der Schaden um 2000%, finde ich geil, vor allem wenn wir mit vier Aufladungen auch noch reingehen, ne, dann Unsichtbarkeit, bam, also viele schöne bezaubernde Möglichkeiten, möchte ich mal sagen, was unseren Arkan-Mage hier angeht. Wir haben eine größere Nova, wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu töten, wir haben verschiedene Effekte, die sich random auslösen können, wir haben so, so viele schöne Sachen, die sich aufsummieren, Leute, kann eigentlich nur geil werden. Und Unsichtbarkeit hat, glaube ich, drei Minuten, zwei Minuten, ja, das geht aber auch, oder? Alle zwei Minuten mal eben 2000% mehr Schaden, übrigens auch ein Bonus, den man aufsummieren kann, ne, und das kann, denke ich, auch sehr schnell sehr lecker werden. Freunde, wie sieht's bei euch aus hier? Guckt mal, oh, Frostblitz war mit rein für die Lul, zack, und dann ein bisschen hier, Feurio, hätte ich fast gesagt, das passt zwar zu unserem Namen, aber nicht zu unserem Speck, ne, das ist dann eher Arkan-Rio, würde ich sagen, aber Zaubersprüche konnte ich eh noch nie. Eigentlich wissen wir, jeder Zauberer kann Latein, haben wir bei Coldmirror schon gelernt, aber in dem Fall muss ich sagen, Leute, nie Latein gehabt, ne, sorry, nichts kann ich, ey. Wieder, der Typ kann überhaupt nichts, nicht mal Latein, Mann, wozu gucke ich hier überhaupt zu? Ich wollte da was lernen, und das Einzige, was der macht, ist Seelen absorbieren. Toll, da ist er nicht besser als der Jailer, oder? Sad Face. Wir haben ein schönes Schild, wir können die Barriere nochmal anwerfen, deswegen sollten wir auch bei den Kollegen jetzt hier eigentlich kein Problem haben. Rums, jawohl, ah, guck mal, auch noch eine Zelle gedroppt hier, finde ich super. Schriftrolle des Suchers, wenn ihr Aschenes Philakterium zerstört, das sind die Vasen, wird der nächste Einsatz von Feuerball, Frostblitz oder Arcanschlag um 10% erhöht, also der Schaden des Einsatzes, bis zu 100 Mal stapelbar. Interessant. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingsbonus, aber wenn wir jetzt keine dieser Fähigkeiten benutzen und die dann aus der Verstullenheit, ne, usen und dann nochmal zig Drillarden Prozent Bonus haben, dann kann das schon sehr lecker sein. Wenn wir dann Glück haben, dann onehitten wir vielleicht sogar den Boss. Wollen wir das mal probieren? Aber nee, oder? So ganz ohne Arcanschlag benutzen, jetzt durchgehen und das durch die Philakterien aufsummieren, ja, das ist auch nicht das Wahre, oder? Seien wir ehrlich, das ist, glaube ich, auch nicht ganz so geil. Und ich glaube, dafür bin ich auch zu nubig mit dem Arcane-Mage, um solche Pläne durchziehen zu können. Ich meine, rumhüpfen und da keine Explosions-Spam, okay, das schafft vermutlich auch ein Schimpanse, dem man das zeigt, aber wenn es dann ins Detail geht und um die aufsummierenden Effekte und, 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 ne, dann ist es schon nochmal ein bisschen was anderes an der Stelle. Übrigens super geil, wenn man die Beschwörer umhaut, dann diesborden auch direkt die beschworenen Skelette. Das finde ich geil und das habe ich noch ein bisschen anders in Erinnerung, aufgrund diverser Mobs, die wir in der jüngsten Vergangenheit kennengelernt haben, in den jüngsten Add-ons und überarbeiteten Zonen. Da kannst du dann nämlich schön, nachdem der Meister gestorben ist, auch noch sieben Stunden gegen so einen Kack-Wichtel fighten, weil er nicht abhaut. Und, was haben wir hier, die Zauberzeit verringern von Arcanschlag. Geil, da sehe ich mich und da kommen schon die nächsten Junge. Was ist denn los mit euch, hör mal. So, und nochmal eine Explosion und noch ein Beschusschen mit rein. Ach, schön, das ist super. Mit der Frostnova, da sehe ich mich. Crit um 5% erhöhen. Na klar, Crit ist immer gern gesehen, oder? Egal, was jetzt Mainstart ist oder nicht, so richtig schön reinkritten, ob als Tankheiler oder DD, das ist schon immer geil gewesen. Da erinnere ich mich gleich wieder zurück an die glorreichen Eiskronen-Zitadellen-Zeiten, wo wir damals unterwegs waren und die Schamanen mit ihren, das Schafes schwebt einfach, mit ihren nicen, sockelbaren Items einfach völlig eskaliert sind und in jedem Stück irgendwie dreimal Tempostein in der Schulter und 20-mal Tempostein in der Brustrüstung und so. Und die haben einfach so schnell hintereinander weggeblitzt, Junge, mit den Blitzschlägen, dass du auch dachtest, ja, ist das jetzt irgendwie der Kollege aus dem Teamspeak oder ist es doch Thor, ne? Und das war auch so krank, Mann. Und die anderen dann mit Crit, die nächsten mit, was weiß ich nicht, Int oder whatever. Ja, diese mega kranken Sockelstein-Eskapaden. Ich meine, heute sieht es ja so ähnlich aus, ne? Mit 8.3 können wir ja auch auf Items entsprechend Sockel draufsetzen über diese Furo-Rion-Verderbnis-Geschichte. Aber damals so Eiskronen-Zitadelle, so das erste Mal raiden und dann das Gier der Kollegen ansehen und so denken, ja, äh, Bruder, was hab ich eigentlich verpasst, ne? Und ich freu mich über meinen neuen Bogen als Hunter. Und er hat erstmal 3000% Tempo. Läuft mies bei ihm. Okay. Ja, haben wir einen Kollegen. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal unser Schild, nutzen die Essenzen. Dann gönnen wir uns noch eine Barriere. Und dann gönnen wir uns ja so ein bisschen Unsichtbarkeit, Leute. Das einzige Problem ist, wir haben jetzt leider keine Aufladung noch angesammelt, aber ich glaube, der Arkanschlag kann auch so ganz gut brettern. Mal gucken. Boom. Oh, 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 oh. Leute, ich hoffe, beim nächsten Mal kriege ich es noch hin, vorher ein paar Aufladungen zu behalten. Weil, leckere Nummer, oder? Verderbnisantenne. Eure Angriffe haben eine Chance, euer Ziel zu verfluchen und ihm im Verlauf von 8 Sekunden 11.000 Schattenschaden zuzufügen. Lecker. Überwältigende Macht, zusätzlich 5% Zauberschaden bei Todesgeboren. Oder polymorbide Rattenleber. Leert euch Verwandlung Schlundratte, die auf untode Kreaturen angewendet werden kann. Das finde ich ja auch interessant. Das ist ein super starker Bonus, aber da wir ja den Schiebfaktor mitgenommen haben, der nicht ganz so optimal zu nutzen ist, wie ich es mir gewünscht hätte, weil wir durch den Schieb ja die anderen Mobs drumherum pullen. Aber, ja, trotzdem, wenn wir die dann mit Frostnova erstmal festhalten in der Nähe, dann kann man das ja dennoch ein bisschen aufsummieren. Haben wir hier noch irgendwo was Cooles? Jo, da hinten ist auf jeden Fall noch ein Bonus drin. Ja, den nehmen wir schon mit, oder, Freunde? Die Zeit wollen wir uns schon nehmen. Wir haben ja jetzt nahezu alle Klassen auch wirklich durchgespielt. Es sind noch 2, 3 Specs. Und dann habe ich im Rahmen der Beta, der Alpha, wirklich zu jedem Speck einen kleinen Einblicks-Run hochgeladen. Die liefen mal besser. Und mal weniger besser. Aber insgesamt haben sie alle Spaß gemacht. Und ich hoffe, egal wie schlimm es für euch als Mains war, das Ganze mit anzusehen bei manchen Vertretern und manchen Specs, konntet ihr doch einen kleinen Einblick kriegen und Spaß mit dem Ganzen haben. Weil ich hatte in jedem Run Spaß. Also hier und da gab es mal auch Assi-Passagen. Ja, aber insgesamt hat das wirklich sehr gefetzt. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, oder? Wenn man sich hinstellen kann und sagt, Leute, ich spiele viel WoW und ich twinke auch viel, aber deswegen kann ich natürlich trotzdem nicht jeden Speck irgendwie in- und auswendig. Vor allem nicht, wenn mit Shadowlands das Ganze noch verändert wurde. Aber ich hatte mit dem neuen Feature trotzdem Spaß mit jedem dieser Specs. Ich glaube, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Wir haben diesen Frostfinger. Ich dachte, das ist schon wieder diese Verderbnis-Antenne. Deswegen war gerade, ist schon wieder? Nee, ist was Neues. Und da haben wir die Chance, mit Angriffen einen Zusatz-Magic-Blitz abzufeuern. Der macht dann AOE-Schaden. Auch ganz geil. Oder, drüber Diamant, blinzeln hinterlässt ein Spiegelbild, das 10 Sekunden lang bestehen bleibt. Joa, finde ich eigentlich ganz geil. Ich meine, wenn wir uns hier jetzt nach vorne blinzeln für die Lulz, um uns so ein bisschen schneller zu bewegen, hat das natürlich nicht so viel Sinn. Papa, warte, willst du Kippen holen? Guck mal, der Junge da hinten, ne? Hat meine Friese, Leute. Meine Friese und mit 6 Jahren auch schon meinen Bart. Der Wahnsinn. Und da hat das jetzt natürlich nicht so den geilen Effekt, aber wenn wir dann rumblinzeln und jedes Mal ein extra Spiegelbild bekommen, dazu haben wir ja die Abklingzeit auch noch verringern können und so. Also, da kann man natürlich dann auch geil Spam. Stellt euch vor, wir kriegen jetzt noch so oft diesen Bonus, dass auch die Abklingzeit von Blinzeln wegfällt. Oder wir summieren diesen Bonus von eben auf, dass wir nicht einen, sondern zwei Abbilder beschwören. Und dann haben wir ja einfach, ja, so ein Spiegelkabinett, ne? Gab's immer früher auf dem Jahrmarkt, bist du reingegangen und dachtest, oh, Bruder, wo bin ich? Und wenn ja, wie viele, ne? Diese Geschichten. Genauso ist es dann hier in WoW auch. Wir sind auf Ebene 3. Das ist eine Loot-Ebene. Hier können wir Seelenfragmente freisetzen. Das gibt uns dann stackweise einen Bonus auf unsere Main-Stats. Oder den Main-Stat, besser gesagt. Das war am Anfang auch angepasst. In unserem Fall dann innen. Mittlerweile stehen da alle, ne? Auch Stärke und Beweglichkeit erhöht. Gönnung Isida. Hier ist so ein Händler, wo wir Phantasma ausgeben können. Und auch so ein paar extra Zellen. Saphir Prisma. Spiegelbild beschwört eine zusätzliche Kopie. Nice one. Here we go. Oder Feuerjongleur. Euer Feuerschlag schleudert euren Gegner in die Luft. Sehr interessante Zusatzunterbrechung. Oder verfaultes Getreide. Die Dauer von Verwandlung wird um 60 Sekunden erhöht. Oh mein Gott. Stellt euch vor, wie viel Energie da angesammelt wird, oder? Da wäre es jetzt super interessant zu wissen, ob wir den Endboss schieben können. Und dann schieben wir den. Dann bleibt er 120 Sekunden in dieser Form. Sammelt eben Energie an. Und dann ist er einfach dead. Pass auf, wir nehmen das mal mit. Im Zweifelsfall probieren wir das bei so einem Ebenenwächter, ne? Bei diesem verstärkten Elite-Heinis. Bevor wir eben auf die nächste Ebene kommen. Nochmal Jongleur. Miasma, wenn wir einen neuen Gegner angreifen, werden wir geheilt oder Todesgeboren verstärken. Also Feuerschlag. Ich habe in meinen Standard-Bindings jetzt hier nicht mal noch Platz für Feuerschlag gefunden, ne? Dann würde ich sagen, wir erhöhen hier unseren Zauberschaden und gucken mal, was der Kollege noch für uns so hat. Das ist wieder Dauer von Zeitverschiebung erhöhen. Wenn ihr einen gegnerischen Zauber unterbrecht, wird der von euch erlittene Schaden verringert. 20 Sekunden lang um 15 Prozent. Holt mich alles irgendwie nicht so ab. Darum würde ich sagen, wir holen hier nochmal zwei richtige Zellen und spekulieren einfach. Spekulieren einfach darauf, dass da jetzt richtig geiles Zeug drin ist. Foliant der Zoo-Mantie. Die Gesundheit zur Regeneration von verwandelten Kreaturen ist um 75 Prozent verlangsamt. Und die ersten drei Angriffe oder Zauber, die ihnen Schaden zu fügen, unterbrechen den Effekt nicht. Oh, das ist natürlich auch höchst interessant. Allerdings wollen wir ja, dass der Effekt schnell bricht und dass wir das gut managen können, ne? Deswegen beißt sich das, würde ich sagen, gerade so ein bisschen. Aber an sich interessante Geschichte. Immer warme Socken. Eisblock bedeckt eure Füße nicht mehr und ihr könnt euch bewegen. Wenn auch sehr langsam. Sehr nice, Freunde. Warme Socken sind wichtig, ne? Es wird wieder kälter. Dann muss man sich auch schön die Füße beschützen lassen von Socken. So. Jell Shias Machthandschuh. Eure Schaden verursachenden Zauber- und Fähigkeiten ermächtigen eure Waffe und erhöhen den Schaden eures nächsten Nahkampfangriffs. Was? Um 114. Bis zu 100 Mal stapelbar. Ey, was? Das ist ja auch total bescheuert. Geil. Oder nochmal Zauberzeit von Arcanschlag verringern. Ja, komm. Wir nehmen das mal mit. Das ist ja super blöd. Dann können wir einfach ran blinzeln. Bam. Gibt sich erstmal One-Hit mit dem Stab auf Nacken, ne? Geil. Das ist auch so ein Bonus. Den müsste man, wenn man mit einer Gruppe drin ist, ne? Mit so einem Tank und ein paar Kriegern und so. Müsste man dann auch, wenn die gegen einen heftigen Elite-Mob-Fighten, einfach ran blinzeln. Als Gnom-Magier. Hat dann diesen Handschuh ordentlich gesteckt und keinem was gesagt. Und dann haut man den Mob einfach One-Hit-mäßig weg, ey. Und wie die dann aus der Wäsche gucken, ne? Das ist ja auch mega geil. So was feiere ich dann auch, ne? Weil wir werden mit unserer Chaos-Truppe hier natürlich auch öfter mal als Gruppe reingehen. Oder dann im Stream oder so, ne? Mit einer Community-Gruppe. Und das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab, ja? Exakt das. So. Leute, was machen wir mit euch? Ich hab leider kein Schild und wir sind ja auf einer etwas höheren Ebene angekommen. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wie wir alle hier jetzt gemeinsam zurechtkommen. Ich hau nochmal eine Barriere mit rein. Dann hoffe ich, du stirbst jetzt durch den Arcan-Schlag. Wenn nicht, dann klau ich dir deine Rüstung mit Zauberraub. Ist auch okay. Das ist jetzt meine Barriere und du stirbst jetzt an den Geschossen. So. Aber wir haben gesehen, wir kriegen schon ein bisschen mehr aufs Maul, ne? Also komplett unachtsam sollte man jetzt so ab Ebene 4 doch auch nicht mehr komplett sein. Wobei man auch sagen muss, wir sind hier ja mit Standard-Gear drin, so GS-140, ne? Das werden wir, denke ich, auch ruckzuck geknackt haben, wenn wir dann in Shadowlands in der Live-Version spielen. Wir können auch gerne nochmal meinen Legendary-Helm betrachten hier. Da haben wir nämlich die Möglichkeit, über unsere gefrorene Kugel, ja, die eisigen Finger zu bekommen. Und ihr werdet jetzt sagen, hä? Ja, ist nämlich das Frost-Legendary, ne? Ich habe mir zwar eigentlich eingebildet, dass die Legendary-Effekte hier und da auch mit wechseln. Wenn man die Spezialisierung wechselt, das war zumindest in der Vergangenheit so. Aber anscheinend ist das nicht bei allen so. Leute, muss ich mir die Legendaries wohl nochmal angucken. Da haben wir auch so ein paar allgemeine, ne? Dass du sagen kannst, okay, eure Angriffe haben eine Chance, einen Bonus-Schaden auszulösen oder so. Ja, ist jetzt auch unser Appelt mit dabei und schießt fleißig, nice. Oder ihr habt irgendwie einen Effekt, der sie auch ganz einfach übertragen lässt, ne? Wenn ihr den und den Zauber wirkt, dann kriegt ihr einen Schadensboost. Wenn er dann umspeckt, dann sorgt er beim Heiler dafür, dass ihr einen Heilungsboost bekommt und so. Solche Sachen, die sich sehr leicht, ich sag mal, umschreiben lassen, ja, die haben bisher eigentlich auch übergreifend funktioniert. Aber hier, bei diesem Extra-Bonus mit der gefrorenen Kugel haben sie anscheinend gar keinen Bock, das jetzt zu verändern. Oder bin ich nur komplett besoffen und wir haben sogar den Frozen Orb jetzt auch übergreifend. Ne, ne? Gefrorene Kugel. Ist ja auch ein bisschen sehr krank, ey, ganz ehrlich. Das fände ich super strange. Ist Verwandlung jetzt generell? Wait, dann müssen wir das ja auch ersetzen, ne? So, hier mit unserem Todeswandeln. Ha, 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 gefährlich. Was haben wir hier denn noch? Ah ja, das mit dem Futtern, dass die Schlundratten explodieren. Was geht bei euch, Leute? Wie sieht's aus? Wollt ihr so ein bisschen eine arkanne Explosion und dann mal so einen arkanen Beschuss hier? Boom! Und du dann noch so ein paar Geschosse. Ja, das ist geschmeidig, Leute. Das fand ich zum Beispiel gerade sehr, sehr schön. Damit kann ich super leben. Und ich glaube, wir könnten auch öfter, wir haben ja die Abklingzeit schon halbiert, ne? Könnten wir ruhig auch unser Todesgeboren ziehen. Gerade bei den Kollegen, guckt mal, wie viel die doch aushalten hier, ne? Diese miesen Schöpfungen. Und die explodieren genauso. Habt ihr das gerade gesehen? Die explodieren genauso wie die kleinen Überreste hier. Ich finde das frech, Leute. Ich finde das frech, dass mir hier alles um die Ohren fliegt. Sehr asozial. Reicht das? Ja, guckt mal die Range, ne? Wie viele Seelen wir hier auch noch mit aufnehmen können zur Verstärkung. Sehr, sehr gut. Der Bastion, das dieses Schicksal nicht verdient, führt es ins Licht. Jo, machen wir. Habt ihr gesehen, wie schnell die jetzt umgefallen sind? Wisst ihr warum? Jetzt können wir nämlich die Explosion zurückgeben. Hier waren ein, zwei Schlundratten dabei. Und die sind durch unseren Bonus eben jetzt natürlich in die Luft geflogen beim Killen. Und haben auch Bonusschaden verursacht. Was unser lieber Runenschmied gerade gesagt hat, gut, das habt ihr sicherlich verstanden, aber das bezieht sich auf so Mini-Events. Das ist, was ist hier an meinem Fuß schon wieder los, Leute? Ach, irgendwas kribbelt. Es muss eine riesige Spinne sein. Erstmal nachgucken, man kennt es. Und das sind so Mini-Events wie auf Inseexpeditionen zum Beispiel, ne? Wo man mal einen aus dem Kochtopf retten muss. Und wo man mal einen aus einem, weiß ich nicht, anderen Dilemma retten muss, weil er vergiftet wurde oder unter einem Baumstamm eingequetscht ist oder, oder, oder. Und so ähnlich ist das hier auch. Ist an die Ebene gebunden, auf der man gerade aktiv ist, kann man die retten. Hilft ihnen dann irgendwas zu finden. Und wenn man das tut, gibt es in der Regel einen einzigartigen Bonus, der mit der Zone des Geretteten zusammenhängt. Also kann man definitiv mal mitnehmen. Einziges Problem, gerade wenn man als verstohlene Klasse hier unterwegs ist, naja, jetzt als Schorke oder Katzendudu oder so. Und man möchte gern viel überspringen, weil man keinen Bock hat auf Phantasma. Bonuszellen und Co., dann sind die sehr pullwütig. Ihr steht vor den Aufgestiegenen. Ja, aber dafür bist du gerade ganz schön kleinlich, ne? Ich danke euch, Schlundgänger. Ein äußerst wichtiges Artefakt befindet sich irgendwo im Turm. Ich muss es finden. Ja, dann machen wir das doch. Da ist noch ein Bonus. Wir haben es eben schon auf der Minimap gesehen. Zum Glück wird das, wenn man in der Nähe ist, da so ein bisschen angezeigt. Na, auch mit Pfeil ist das jetzt auf der Ebene. Über mir ist es unter mir. Ja, es ist in mir. Da wird es dann ein bisschen schwierig, vermutlich, die Glocke rauszuholen. Aber ja, warum auch nicht? Ein bisschen den Torgast operieren. Steril ist die Umgebung ja bestimmt auch, oder? Und dann sollen wir uns ja auch nicht so anstellen. Zack, im Eimer. Was haben wir? Wieder das Futter oder ja, die Chance mit dem Extra-Frost-Blitz. Das sind die vorhin angeschnittenen ganz am Anfang sehr allgemeine Bonuseffekte. Die habe ich bisher mit so gut wie jeder Klasse mit jedem Speck bekommen können. Und ist natürlich auch geil, wenn sich das aufsummiert, auch egal ob Solo oder in der Gruppe. Und jeder kann jederzeit einen Bonus-Dot, einen Bonus-Single-Target-Blitzschlag oder so ein AOE-Frost-Blitz entfesseln. Das ist schon eine sahnige Geschichte. Also ich finde, das kann auch lecker sein. Hat halt nur nicht allzu viel mit diesen klasseneigenen Geschichten dann zu tun. Von wegen Blinzehnerschaften, Spiegelbild und und und. So, was macht unser Kollege hier schon wieder? Der bekämpft die ersten Überreste da oben. Unser Spiegelbild hat auch hier brav die Aggro gehalten. Schießt markanterweise mit Frost-Blitzen, jawohl. Sodass das auch gar nicht erkannt werden kann, wer jetzt von uns beiden der richtige Arcade-Magier ist. Das ist sehr, sehr gut von dem Spiegelbild. Durchdacht worden. Yo, da ist die Glocke. Hier ist noch eine Schlundratte. Boom. Die können auch nervig sein. Ihr seht, die rennen dann auch sofort weg. Also ganz so easy ist das dann auch nicht, diesen Bonus optimal zu nutzen. Aber ja. Ihr habt es gefunden. Danke vielmals für eure Hilfe. Yay. Und nun geht und dient. Okay, wir müssen gleich mal ein, was mit dem Stab verpassen hier, Leute. Wir haben 100 Stacks. Wir kriegen 300 Phantasma oder wir können Todesgeboren verstärken. Ja, wir nehmen das Phantasma. Gleich mal mit Erfolg hier, Leute. In der Hoffnung, dass der nächste Händler beim lieben Boss auf Ebene 6 uns noch was Schönes andrehen möchte. So, du kriegst jetzt mal eine hier. Let's go. Boom. Geil. 11.000. Wie viele haben die? Die haben nicht mal 8.000 Leben. Das heißt, selbst wenn er voll gewesen wäre, hätten wir den einfach jetzt gewonshottet. Mit einem Melee-Angriff. Als Magier. Alles klar, Leute. Die Zukunft ist jetzt, alter Mann. Kann ich hier durchblinzeln? Ey, die Mageplays, oder? Crazy. Haben wir da auch Schlundratten bei? Ja, na gut, dann kann das jetzt auch sehr kacke laufen, Leute. Wir probieren mal unser Bestes. Pass auf, wir hauen eine Explosion, dann hauen wir eine Frostnova rein. Und dann hoffen wir, dass das perfekt reicht mit der Range, unserem Schild und den Schlundratten. Wenn man die an Ort und Stelle hält oder dann mit einberechnet, dass die kurz abhauen und dann erst wiederkommen, dann kann das natürlich sehr geil werden. Und jetzt unser Schild, Leute. Mit all diesen Essenzen, egal ob die Viecher mächtige Elite-Teile sind oder nicht. Das ist natürlich jetzt ein sahniges Schild, ne? Und das hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert gerade. So, Freunde. Ihr kriegt jetzt nochmal einen schönen Arcan-Beschuss. Boom. Ach, kacke. Jetzt wollte ich doch meinen Arcan-Schlag eigentlich nochmal aufladen, ne? Warte, warte, warte. Oh nein, das Spiegelbild darf den jetzt nicht töten. So, eins, zwei, drei. Sehr schön. Oh, und jetzt mit der Unsichtbarkeit nochmal bei dem Kollegen, ne? Ah, Leute, ihr wisst doch, wie es läuft. Sehr nice. Okay. Dann machen wir uns ready. Schild rein. Das andere ist auch schon kaputt gegangen. Also der Schaden, wie gesagt, auch nicht zu knapp hier. Und dann jetzt, Achtung, Arcan-Schlag mit vier Aufladungen. Wir hätten Todesgeboren noch ziehen können. Oh! 57.900 irgendwas. Nicht mal gekrittet. Hahaha. Fuck, wie viel Leben hatte der? Shit, können wir gar nicht mehr einsehen. Aber anscheinend nicht mehr als 57.000, oder? Ey, ich glaube, beim Dulu war es. Da habe ich mich halt auch über 8.000 und so gefreut, ne? Und der Magier, ja, Bruder, vier Arcana-Aufladungen, 2000% mehr Schaden, man kennt ihn. Nice. Verlockender Käse. Erfrischungen herbeizaubern. Zaubert auch verlockenden Käse herbei, der bis zu drei neutrale Schlundratten anlockt. Da sind wir wieder. Sehr interessant, ne? Für diese Mechanik mit dem Explodieren. Oder es gibt auch einen Bonus, dass jeder Schlundrattenkill uns Bonusleben gibt. Prozentual und, und, und. Also ganz viele Sachen. Nochmal mehr Phantasma. Oder, ja gut, dann nehmen wir die verringerte Zauberzeit. Wir wollen ja auch, ne, als Zeitmagier, als Manipulator, wollen wir ja auch vorankommen, ne? Und wenn dann alles noch ein bisschen schneller geht, ist das doch auch ganz toll. Ich finde übrigens, Rare-Alarm, Rare-Mob, Rare-Mob. Ich finde auch das Layout insgesamt sehr, sehr geil. Die Art und Weise, wie die Ebenen eben vorgestellt werden, wie es auch aussieht, wenn wir uns für so eine Ebene entscheiden, ne? Generell kommen wir in den Torgast herein, melden uns. Bruder! Nicht verdient! Ihr macht doch einfach dein eigenes Commentary. Da kommen wir ja in so einen extra instanzierten Bereich. Und dann haben wir nochmal viele verschiedene Extra-Wege, ne? Ich gehe hier immer ganz gern rein. Ist ja mittlerweile so eine Art zweiter Wohnsitz von mir, so oft wie ich hier unterwegs bin. Es gibt auch noch so eine Flammenhölle. Es gibt auch noch so einen richtigen Elite-Raum. Es gibt einen mit extra viel Fallen. Und da kann man sich dann aussuchen, welche Schwierigkeit will ich? Und welche dieser Ebenen überhaupt jetzt rein diesen Grundmodus betreffen, nenne ich es mal. Ja, und das ist schon echt viel, was man da eben auch berücksichtigen und gleichermaßen beherzigen kann. Und natürlich auch sollte. So, Skelettüberreste, euch halten wir aus, oder? Wenn wir die Schlundratte jetzt noch abwarten, dann muss ich auch erstmal Gedanken ordnen und gucken, ob das so funktioniert, wie ich will. Bevor ich überhaupt drüber reden kann, Freunde. Das sind ja manchmal auch top-geheime Informationen, die ich dann mit euch teile, ne? Und dann muss ich immer erstmal abwägen. Kann ich das jetzt so machen? Oder ist das böse und verboten? Oh, das ist aber auch eine interessante Ebene hier, oder? Guckt mal. Wenn wir uns das mal angucken, da ist auch der Rare in der Ecke. Da sind auch ein paar Schlundratten. Hm, fighten wir jetzt erst den Rare? Ja, schon, oder? Pass auf, wir machen auch wieder Barriere. Wir gönnen uns die Fleischformung. Und dann erstmal schön mit Unsichtbarkeit und so reinpfeffer. Und hier machen wir dann Big Pull seinen Vater. Vielleicht noch mit dem Schieb hinterher oder die Ratten dann mit ran. Das wird, glaube ich, ganz geil. Pass auf. Wir ziehen Todesgeborenen. So, wir ziehen Unsichtbarkeit. Und dann jetzt hier richtig schöner Karnschlag. Let's go. Boots. War das gerade 44.000? What? Was ist passiert? Oh mein Gott. Was? Leute. Ey, die Schadenszahlen, ne? Wollen die mich verarschen? Was geht? Vor allem, was machen dann Leute, die wirklich gut sind mit dem Arcan-Match, ne? Was die dann noch hier anwerfen? Die setzen dann auch irgendwo Berührung der Magie drauf und dann, bam, spreadet sich der Schaden noch. Und Wahnsinn, Alter. Oder mit fucking Zeitverschiebung oder was auch immer. Junge, das sind ja Mechaniken, die ich mir jetzt erstmal erarbeiten müsste als kleiner Guffeltwinker hier, ne? Und die waren Meister, da können wir uns, glaube ich, richtig freuen auf. Krasse Plays. Zauberstab der Erfrierung. Die Rare Mobs lohnen sich. Die haben nämlich einzigartige Bonuszellen auch in der Regel. Wie hier haben wir diesen Zauberstab. Wenn ein Gegner getroffen wird, erleidet dieser zusätzlich eine Erfrierung, die ihm Schaden in Höhe von 50% seiner maximalen Gesundheit zufügt. Nach vier Sekunden gewinnt der Gegner im Verlauf von zehn Sekunden die verlorene Gesundheit zurück. Die können nur einmal eine Erfrierung erleiden und das wäre natürlich richtig, richtig geil, wenn wir diese Erfrierung auslösen könnten und kurz danach den Arcan-Schlag aus der Verstohlenheit draufziehen. Aber ich glaube, das kann man nicht so machen, ne? Weil mit dem ersten Zauber verlässt man ja die Verstohlenheit und wir müssen dann aber den Arcan-Schlag nutzen. Der würde dann aber bestimmt erst treffen und dann kommen die 50% abgezogenerweise dazu. Oh, schwierig, das ist alles Mathe, ne? Das müsste man jetzt auch ausprobieren, ob man dann auch so ein Boss quasi initial geht. 50% Leben weg und bevor der recken kann, mit dem verstärkten Arcan-Schlag den Rest wegzimmern. Wäre natürlich richtig krank. Oder eisige Herzrinde, wenn eure Gesundheit unter 15% fällt, werden 60% eures erlittenen Schadens absorbiert. Ja, komm, wir nehmen mal den Save mit. Weil, Leute, ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir aktuell zu wenig Schaden machen, wenn wir wollen. Insofern, Kalex, hast du Bock zu reden? Ne, das ist eher der schweigsame Typ, ne? Der gute Mann hat einfach noch keine Lust, mit uns zu kommunizieren, ist okay. Kann man es ihm verübeln? Auch nicht. Oder ich habe ja vorhin den guten Huhenschmied auch direkt irgendwie gepanischt und weggeklickt. Also kann ich ihm jetzt nicht mal böse sein, großartig. So, Freunde, kommt mal ran hier, dass ich auch mal so ein bisschen Frostno war. Ja, und dann mal richtig hier die Explosion und dann mal noch so ein Beschuss mit reinzimmern. Ja, Wollo. Hast du noch Bock auf eine Knochenrüstung? Das ist toll, kann ich die nämlich auch mitnehmen. Und dann wirst du jetzt weggesniped. Nice. Ja, das läuft doch. Und der Kollege kämpft auch ein bisschen mit, ne? Mit seinem Level 10 Schwert aus Westfall. Läuft auf jeden Fall. Beim Equipen in den Shadowlands, Leute. Da hatten wir an der Stelle ein bisschen mehr Glück, aber auch nur ein bisschen, ne? Unser Standard-Gear ist ja auch sehr gufflig, aber da wollen wir natürlich auch nicht groß meckern, weil wir sind natürlich froh, überhaupt Gier bekommen zu haben. Stellt euch vor, Blizzard hätte uns diese Option gar nicht gelassen, ne? Sad life. Frauchen. Huhu. Armetia. Charix. Der Archon sei Dank. Ihr habt unseren Dank, Schlundgänger. Möge euch die Archon leiten. Aha, jetzt talkt er doch ein bisschen mit uns, aber er musste erst seine, seine liebe Freundin wiederfinden. Ah, so süß. Eiskalte Berührung. Todesgeboren. Er schafft einen gefrorenen Sturm um euch, der die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern um 40% verringert und allen Gegnern im Effektbereich alle eine Sekunde 40 Frostschaden zufügt. Mega geil. Liebe ich, wenn wir diese Verwandlungsfähigkeiten auch noch zusätzlich verstärken. So, Freunde, jetzt aber apropos, würde ich mal sagen, wir gucken mal, ey, cool mit dem Sturm oder sind wir Arthas in Hotz oder was? Boom. Ist das krass. Ey, das sieht aber auch echt fancy aus, oder? Liebe Frost Todesritter, das sieht geiler aus als der unbarmherzige Winter, ne? Als diese Eiswinde. Ich finde das mega fresh grad. Nice. Ich hoffe, daraus wird noch einiges entnommen, ne? Für andere Fähigkeits-Upgrades und so. Echos von Elisande. Zeitkrümmung beschleunigt auch das Verstreichen der Zeit um 30%. Wenn wir neue Kreaturen angreifen, werden wir geheilt. Oder Fleischformung erhöht eure Intelligenz um 8%. Boah, nochmal 8% auf innen neben den ganzen Erhöhungen. Dazu noch die Geschichte mit dem Millie-Hit und so. Ey, ich bin so gespannt auf den Boss. Wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten, das richtig zu nutzen. Haben nur ein bisschen Angst mit Zeitkrümmung, ne? Aber das werden wir natürlich auch mit reinwerfen. Ich hoffe mal, wir kriegen den Boss down, bevor wir dann an dem Zeitkrümmungsding sterben. Das wäre nämlich echt scheiße. Wenn das dann passiert. Aber mit 300% längerer Zeitkrümmung gehe ich mal spontan davon aus, dass das hinhaut. Wir haben noch ein bisschen Cooldown auf unsere wichtigen Engage-Geschichten. Aber, wie schön die Gnome hinterher sprinten, ne? Sind wir in Schlumpfhausen oder was? Aber wir haben ja jetzt auch erstmal unseren... Äh, es ist der Blub. Der splittet sich so auf. Das kann sehr reudig werden. Aber wir haben erstmal unseren Händler. Ich denke ja, mein Lieber. Oh, sehr dämonisch hier, ne? Teuflisch, Freunde. 666 Radius erhöhen. Abklingzeit von Blinzeln verringern. Zauberzeit verringern. Frost-Nova-Gelöt verringern. Wenn wir Schaden erleiden. Ist so dornenmäßig, ne? Gibt's Schaden zurück. Vielseitigkeit. Hm. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal die beiden Standardzellen. Dann können wir gerne nochmal den Radius erhöhen. Und dann vielleicht nochmal die Zauberzeit verringern. Bei Radius, wie gesagt, dieser Blub, der splittet sich, ne? Ganz ekelhafte Geschichte. Und vielleicht können wir dann mit erhöhtem Radius richtig reinsmecken. Einladung des Chaos. Euer erster Einsatz von der Kana-Explosion auf einer Ebene verursacht zusätzlich 850% Schaden. Was? Yo, da seh ich mich, ey. Wenn das nicht grad passt, oder? Hahaha, what? Okay. Und Schriftrolle des Suchers bringt uns jetzt nicht so viel, ne? Das war mit den zerstörten Vasen. Oder wenn wir neue Gegner angreifen, werden wir geheilt. Vielleicht lohnt sich das sogar, weil die abgespaltenen Blubs als extra Gegner zählen. Ich weiß es nicht. So. Freunde, nochmal buffen. Nochmal Schild. So. Fleischformung. Solange das aktiv ist, haben wir auch noch 8% mehr Int. Das ist super. Noch irgendwas probieren. Wir wollten gucken, ob wir den schieben können, ne? Verwandlung. Geht nicht. Schade, das... Ach nee, wait. Geht auch nicht. Das wäre auch zu krass gewesen. Schade, aber wir haben ja genügend andere Sachen. So. Todesgeboren rein. Rüms. Arkane macht mit rein. Unsichtbarkeit. So, Freunde. Let's fucking go. Bo... Ja. Ebenenboss, Leute. Was? 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 Was, Mann? Wir konnten weder den Melee-Eject nutzen, noch die Arkane-Explosion. Ich habe mir mega den Plan gerade zurechtgelegt. Geht auch hier noch mit Berührung. Der Magi noch drauf und dann richtig eskalieren. Arkane-Beschoss-Röms. Ja, Melee-Eject dann nach der Phase eben mit der Unsichtbarkeit. Der ist einfach wirklich geschmolzen. Was geht? Ich möchte nochmal dran erinnern. Und ich bin der letzte Arkane-Magier-Noob, ne? Ey, wenn ihr mit dem richtig könnt, Leute, dann macht ihr Torgas einfach zu eurer Bitch. Wie geil. Und die fucking Fähigkeiten haben ja auch keine nennenswerte Abklingzeit. Was sind denn 1,5 oder 2 Minuten? Leute, wenn man sowieso immer halbe Stunde erst mal noch entscheidet, was für einen Bonus man jetzt nimmt, ne? Ey, was geht? Was geht? Wir wollten aber trotzdem noch Zeitkrümmung mal testen. Die hält jetzt 3 Minuten an. Pass mal auf, ich ziehe jetzt mal Eisblock. Klicke die weg. Oh, okay. Wir können den Tod dann anscheinend nicht aufhalten. Und wir kriegen auch einen abgezogen. Na gut. Ah, kann unangenehm sein. Aber 3 Minuten Zeitkrümmung ist natürlich, ja. Da macht man auch mal eben 20 Ebenen damit, oder? Freunde, mega. Also, ich bin wirklich auch überrascht von den Klassen, die jetzt in den letzten Parts dran waren. Ist ja kein Geheimnis. Das sind die gewesen, die ich auch ein bisschen aufgeschoben habe, weil ich sie selber nicht so gut kann. Nicht so viel zu erzählen kann, nicht so viel kombinieren kann. Aber ich bin super positiv überrascht von dem, was ich doch tun konnte. Mit dem, was gegeben war. Und es macht unglaublich viel Laune. Leute, Shadowlands kommt näher. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich auf jeden Fall. Und ich hoffe, auch das Video hat euch wieder gefallen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin. Haut rein. Tschau.